Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Mario vs. Donkey Kong. In der letzten Folge haben wir Welt 3 Plus abgeschlossen und jetzt machen wir mit Welt 4 weiter. Mal schauen, wie das jetzt hier läuft. Ach du Kacke, das wird jetzt wieder so ein beschissenes Ding, richtig? So, probieren wir es mal so. Bring runter. Perfekt, geh da hoch. Goose! Komm hoch. Und wir haben Level 1 abgeschlossen. Okay, das ging jetzt tatsächlich sehr einfach. Weil Welt 1 und 2 habe ich in einem Video reinpacken können von den Spezialwelten. Welt 3 hat ein bisschen länger gedauert, 25 Minuten. Mich interessiert, wie es jetzt wohl funktioniert mit Welt 4, wie es da weiter geht. Aber wie gesagt, 25 Minuten pro Folge und dann je nachdem, wie weit ich komme. Geht es vielleicht auch ein bisschen länger, weil ich dann eine Welt abschließe oder auch nicht. Na so, jetzt haben wir 1 Minute 30 und das erste Level ist schon fertig. Es gefällt mir. Als ob das auch als Sprungbrett funktioniert. Als ob. Komm mal her. So, komm mal her, großer. So, ich geh mal mal kurz hoch und sammle kurz das ein hier. Moment. Muss um her hoch. Hier, danke. Perfekt. Jetzt müsst ihr ja hochfliegen, richtig? Okay. Interessant. Interessant. So. Aber jetzt geht's relativ einfach gerade. Ich soll jetzt nicht rausschreien, weil sonst dauert's wieder ewig. Aber naja. Level 3. Ach du Facke. So. Danke dafür. So, hier. 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 Guck mal her. So, bleib oben Gut, perfekt Er ist oben geblieben Dann können wir das Level beenden Also jetzt läuft's gut Jedenfalls schon mal besser als letzte Folge Weil zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht mal Zwei Level abgeschlossen, letzte Folge Welt 3 hat mir tatsächlich ein paar Schwierigkeiten bereitet Aber auch nur wegen den Drecks Lava und Vögeln Wegen der Lava und den Vögeln, meine ich natürlich Mal schauen, wie's hier läuft So So Gut, haben wir das Geschenk hier Gut Muss, glaub ich, den Roboter da hochholen So Muss ich gucken, wie ich hier weiterkomme So, Moment Ach du Kacke, du musst hier mit Du musst hier mit rüber Komm her Komm her Rüber Und fertig Level 4 auch Aber Ging relativ schnell Ging tatsächlich relativ schnell Was war nochmal Welt 5 Die Gruselvilla, oder? Ich glaube Hm Komm her Komm her So, du bleibst jetzt nochmal hier stehen Und ich hol mal die ganzen Geschenke hier Ja, warum springst denn du so scheiße weit Anstatt nur runter Mann Ich hasse das Das wird jetzt wahrscheinlich wieder ewig dauern hier So So Gehen wir mal hier rüber So So Warum springst denn du so weit? Das bringt mich doch jetzt noch tausendfach um, oder? Und dann merkt man mal wieder Wenn ich Wenn es langsam gehen muss Ich bin einfach bei solchen Games nicht geduldig Warum gehst du jetzt das Seil nicht hoch? Gehst du jetzt das Seil hoch? Danke So 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 So, guck mal her. Geh mal nach unten. Ach du Kacke, das wird jetzt dumm. Du musst wieder nach unten. Jetzt muss ich warten. So, hier. Bis der Drecks Yoshi wieder runter geht. Und jetzt einmal gleich keine Zeit mehr. Gut, jetzt, Herr Kumpel. Rüber rein hier. Okay, jetzt haben wir's. Ja, bei fünf war das ja. Oh, yeah. Naja. Vielleicht schaffen wir's ja, zwei Welten oder mindestens eineinhalb Welten in eine Folge reinzubringen jetzt. Jetzt kommen halt so'n Kack noch dazu. Die Warp-Boxen, das wird jetzt bestimmt lustig. Ich muss hier kurz weg, weil ich hab den Mario nicht aktiviert. So. 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 kommst du mal hoch hier komm mal her na das sollst du nicht machen du sollst mir nicht hinterherkommen genau deswegen sollst du mir nicht hinterherkommen weil du nur hinterher springst danke und runter jetzt kurz und abschließen na zwei welten werden es heute nicht aber einer halb ungefähr so jetzt kommt noch das bonus level mit den mit den litten leben ich freue mich nicht schon auf welt acht oder so wegen den ganzen lasern das wird übelst scheiße wahrscheinlich in der welt acht oder welt sechs das war ja die das war das ice level gut hier so komm echt jetzt ich war gerade vor der kiste ach egal jetzt haben wir halt 30 sekunden verschwendet dann schließen wir weit vier ab so 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 gut, hier zweiter Treffer okay letzter Treffer und down okay, das war jetzt ein sehr einfacher Boss muss ich sagen ein sehr, sehr einfacher Boss ja, wenn wir mit dem Tempo durchgehen, dann sind wir in so 6-7 Parts fertig zu dem Game schätze ich, wenn wir mit dem gleichen Tempo wie jetzt durchgehen weil die Bonus-Level, ich weiß halt nicht, wie die sind deswegen sage ich mal 6-8 Folgen dann dürfte man mit dem Let's Play auch fertig sein und ja, jetzt kommt die Guselvilla fangen wir mal an und gucken mal, was hier abgeht so ach, du Kalker auch noch mit den Kleinen so ja, gut das mache ich jetzt habe ich rausgefunden, was ich machen muss als erstes den Kack machen das ist den blauen Kack holen hier und dann den Mario aufwecken mal hinterher so, runter mit dir so abgeschlossen haben wir Welt 1 äh, Level 1 auch abgeschlossen von der Welt ja, vielleicht schaffen wir noch 3 Level dann haben wir mit Level 5 starten wir dann nächste Folge können die Welt abschließen und können vielleicht Welt 6 in die nächste Folge auch noch reinpacken ja, das wäre doch geil dann haben wir nicht mehr so viel ja, naja und ich habe mich jetzt vergessen oft zu erkundigen aber ich glaube, diese Welt 5 Plus Level sind tatsächlich neu ins Remake reingekommen ich bin mir aber nicht sicher ob das wirklich so war ach du Kacke, what the fuck so, hier hinten wie kriegen wir das da hoch? wie kriegen wir das da hoch? Mario kommst du nicht hier rüber äh, Mini Mario komm, echt jetzt muss man hier drüben bleiben ich glaube, wir haben uns verbaut ich glaube, wir haben uns verbaut ich bin mal hier rüber ok, das funktioniert so also teilweise zumindest komm, du bist jetzt echt hier dran gelaufen ok, das kann ich so nicht lösen und, du bist falsch gelaufen danke dafür dann gehen wir hier lang dürfte ich wissen warum du jetzt ausgerechnet da rein springst in den Tod aber sonst machst du das nicht oder springst nicht wenn du nicht in den Tod springst also so, hier ah, easy komm mal her ja, ein Level geht noch würde ich sagen und dann werden wir die Folge dann sind wir auf die nächste Folge bei Level 4 das ist aber auch nicht schlecht ok jetzt kommen wir mit diesen Blöcken hinzu das wird schlimm und Level 4 ist gleich mit Boo Hust das wird ja auch bescheuert weil die waren ja auch nicht gerade mein Lieblingsgegner in diesem Game okay Okay, das war ein schnelles Level. Okay. Dann schauen wir uns noch das eigene Level an. Level 4. Oder ja, wir gucken jetzt wie... Je nachdem, wie schnell die Level gehen. Nee, Level 4 gucken wir uns noch an. Okay. Was wird jetzt hier von mir verlangt? Ach du Kacke. Okay, what the fuck? Wie soll das funktionieren? Das wird nix. Ach so. So, hier. Das war jetzt dumm. Das ist nix. Doch, es war dumm. Meine Fresse. Das ist nix. Das ist nix. so gut, haben wir das Level auch abgeschlossen ok, dann wie gesagt ich bende die Folge jetzt hier vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge beenden wir Level, äh, Welt 5 und ich hoffe wir Welt 6 auch noch vielen Dank fürs Zuschauen ciao euer Gladius ciao